Hallo Leute, da sind wir, wie ihr seht, sind wir immer noch da wie vorher auch. Ich schreibe hier das nächste Schild. Ja, der Mikro auch da. Hallo Nico. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wie kann man denn hier ein beklopptes Blüschreiben, muss kann nicht wahr sein. Ja, gar nicht. Vielleicht. Kann das sein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ja, also während der Christa irgendwie ganz stylisch und hervorragend in hervorragender Schriftfarbe hier die Schilder bastelt. Ja, das ist also typografisch würde ich sagen, das ist die geilste Schriftart ever. Kann man so sagen. Wir haben hier also schon mal eine Kiste mit Erzen, da ist schon mal richtig was drin. Eisen und Gold. Junge, 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 Junge. In unserer Fressentur, die er ganz wunderbar so gemacht hat, ist noch gar nichts drin. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt Werkzeug und Rüstung. Ja, habe ich auch nicht. Diamanten. Das ist jetzt für die Zuschauer, das ist aber sehr langweilig. Immer nachher gut. Und Edo an andere Edo-Steine. Ja, es ist jetzt ein bisschen Organisiererei, da gebe ich euch recht. Ist nicht ganz so spannend, aber wenn dieser Raum erstmal fertig ist, dann müssen diese Truhen gefüllt werden, liebe Leute. Und da wird es dann hoffentlich interessant. Also ich hoffe es. Also bis heute bleibt mir immer noch das Interessante in diesem Spiel verwehrt, aber da muss noch was kommen. Da kommt noch einiges fest dran. Ja, wenn du daran glaubst, dann glaube ich da auch dran. Hier gibt es tatsächlich kein Ü, ja? Werkzeuge und Rüstung. Ja, gut. Naja, anscheinend nicht. So, Diamanten und andere Edo-Steine, das kommt dann alles da rein. Was haben wir hier? Hier ist Fressen, hier sind Perze, hier sind Rüstung. Gut, hier auf die andere Seite machen wir diesen ganzen Schrott, den man sonst eigentlich nicht braucht. Ist Obsidian auch ein Diamant und andere? Hast du noch eine Kiste eigentlich? Ja. Mach hier nochmal eine hin, bitte. Warte mal, ich muss hier erst abbauen. Kannst du mir jetzt nochmal sagen, ob Obsidian auch? Ne, das ist wirklich zu irgendwie special oder sowas. Special Stuff oder so ein Kram. Weil wir haben, wir werden ja noch einiges haben. Kannst du hier mal bitte zwei Kisten hinmachen? Ja Mensch, ich hab die doch gerade abgebaut. Sag mal, was ist denn los mit dir? Was ist, bist du denn schon wieder so nöckelig? Was dauert denn das so lange? Wo denn überhaupt? Achso, hier. Hier, genau. Ja, genau. So, da können wir hier mal was hinmachen, was man immer zuhauf immer dabei hat. Wissen wir nicht. So, ich packe dann hier mal sieben Diamanten rein. Chris, wie viel packst du da so rein? Drei. Ah, immerhin. Ich hab nämlich auch welche. Wo hast du nie her? Stein hier. Dass du mir die gezogen hast? Nee, ich hab doch in dieser komischen, in dieser Pyramide da gefunden. Achso, wo du dich verlaufen hast, ne? Wo ist denn Stein und Erde? Wo ist denn Stein und Erde? Also das Schild steht immer links daneben, ne? Nehme ich an. Stein, ja ist ja klar. So, Stein haben wir hier. Kies, Stein. Äh. So, hier kommt der andere Scheiß. Das war Stein. Sandstein ist auch Stein, ne? Ne, da würde ich auch eine extra Kiste für machen. Sand und Sandstein. Okay. Ja, warum steht denn das hier so schief? Ach, gut. Scheißegal. Ja, da hab ich. So, dann brauchen wir noch Holz. Ja, stimmt Alter, das haben wir noch gar nicht. Wir sind mal auf der anderen Seite. Holz, was haben wir hier? Wieso steht das so schief? Ach, Lapis, ja. Achso, Lapis habe ich jetzt schon da drüben drin, bei den Edelsteinen. Nehmen wir das nochmal wieder raus. Oh, eine extra Kiste für Lapis, oder was? Ja. Lapisse? Heißt das eigentlich Lapisse? Könnte das auch sein? Lapisse, ja, das ist wie so ein schwedisches Bier. Das heißt, es steht auch Lapis. Nicht, dass die Schweden jetzt mich hier abhängen. Da wir diese Let's Plays gerade auch live im Internet streamen, möchte ich ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Man beschwert sich gerade darüber, dass Redstone kein Edelstein ist. Ich werde das natürlich sofort aus der Kiste wieder erklären. Übrigens ist Redstone kein Edelstein. Ja, ja, ich habe das, ist ja gut, ist ja gut. Ich habe das hier zu Redstone rein. Ja, da hat unsere Community natürlich auch recht. Ja, mein Gott, ich bin doch hier, für mich ist das eh alles pixelig, also von daher. Aber danke für den Tipp. Kevbro20. So, was ist mit La... Achso, machst du das nochmal gerade, oder was? Was haben wir hier? Sand, Sandstein, aha. Habe ich Sandstein, Sand, hier, alles vorhanden. Sand, Sandstein, okay, Erde, alles klar. Ich hätte da sogar noch zwei Kisten, soll ich die nochmal holen? Ne, warte mal. Vielleicht reicht das erstmal. Was habe ich denn da noch drin? Hier habe ich nur Kürbisse und Knochen und so ein Mist drin. Haben wir auch eine Crabkiste? Ja, das wird so Loot oder sowas, ne? Ja, und Bretter brauchen wir noch. Ja, das ist ja Holz, ne? Ja, aber haben wir schon Holz? Wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt haben wir Holz. Wo denn? Das ist Holz. Und hier können wir machen Blut oder so. Oder Crab. Crack. Crack. Ja, und das ist ja Fichtenholz. Ich habe hier noch Wolle, ich habe Schießpulver, ich habe Kohle, ich habe Obsidianen immer noch. Ich habe irgendwelche Bücher, ich habe Leder, ich habe Schienen. Schienen können wir mal zu Holz poppen. Ja, dann brauchen wir noch Kisten. Dann stehe ich nochmal welche hin. Ja, warte mal, ich muss erst abbauen, wir haben zwei Stück hier noch. So, sieht doch schon ganz gut aus. Ja, da hier können die da hin. Warte mal, wo können die hin? Ja, hier, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Hier zwischen, oder was? Ja, ne? Ja, ja. So, Crack Loot. Ja, das ist... Was hat man gerade gesagt, was, 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 was hast du gerade gesagt? Also ich habe noch Obsidianen, weiße Wolle, Papier oder Bücher. Ja, sowas kannst du bei Loot reinpacken, weil das ist ja alles irgendwie... Achso, wir brauchen so eine Kiste noch Grünzeug oder so, weil das findet man ja auch immer. Ja, das habe ich jetzt hier, guck mal, packe ich gerade bei Crack rein. Hier, Weizensamen und so eine Scheiße, Blume, Pipapo, Schießmutz. Ja, ne, das kannst du auch bei Essen reintun, weil eigentlich ist es ja Essen, ne? Also Weizensamen zumindest wäre für Essen geeignet. Ja, das weiß ich alles gleich. Eichensetzling, Weizen habe ich auch, ja, Rose, Kürbis, hier, ich packe das mal alles hier rein, das ist ja für mich alles Faden, Feder, Papier und ein Buch. Was machen wir eigentlich mit den Büchern? Ach, wir brauchen so scheiß Bücherregale und sowas, hast du mal erzählt, ne? Wer ist denn hier, das ist so, hier, du hast uns schon wieder auf heute geguckt, aber nicht. Und das muss so, halt es hier rein. Sonnstein Treppe, Sonnstein, hier kommt Erde rein, Erde, Erde, Erde. Hier übrigens noch eine Werkbank. Stein, 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 hier ist Erde. Ja, packen wir das mal zum Holz. Boah, ich fliege gleich aus, das ist schon wieder irgendwas. So, das hast du ja schon mal ganz prima gemacht hier, was machst du denn da überhaupt jetzt? Stein, Erde, aber jetzt sind wir hier eine, sind das zwei Kisten für Sand dann oder was? Achso, das ist tatsächlich. Ne, achso, ne, ich raff's hier überhaupt nicht. Wir haben jetzt hier vier Kisten und drei Schilder, Dinger. Irgendwas funktioniert jetzt hier nicht. Warte mal. Also wenn wir in zwei Kisten haben, wir jetzt Erde drin, das macht keinen Sinn. Ja, dann macht das doch richtig. Ja, wir brauchen noch ein Schild. Ja, ich stelle eins auf. Wo denn jetzt? Das hier ist Sand und Sandstein. Das hier ist Erde, das hier ist Stein. Achso, hier fehlt quasi ein Schild. Bei dem letzten Ding hier. Genau, dann müsst ihr es hier. Ach, das ist ja alles. Das ist ja alles. Nehmen wir hier mal den Stein nochmal raus und packen wir nochmal. Was packst du jetzt hier rein in die letzte Kiste? Gar nichts, da machst du jetzt irgendwie Obsidian-Kram oder sowas. Hier Wolle habe ich noch. Achso, dann mache ich hier Special. Und Weizen kommt zu Futter, ne, hast du gesagt. Futter? Futter haben wir hier. Zack, zack. Das ist ja ganz einfach. Was habe ich jetzt hier noch? Wieso habe ich jetzt hier noch Erde in der Tasche? Ich habe noch Erde in der Tasche. So, was hier drin ist, weiß ich auch nicht. Achtet euch, die machen wir ja richtig Special-Zeug rein. Das bin ja nicht noch nicht mal. Ja, das lassen wir erstmal so. War es ganz rechts, oder was? Das ist richtig. Special. Obsidian, weiße Wolle. Und Schießpulver. Also Schießpulver ist streng genommen auch Loot, weil es von Creepern getroffen wird. Genau. Habe ich jetzt bei Creepern getroffen. Habe ich jetzt bei Creepern getroffen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen. Ja, zack. Liebe Freunde, der Negro ist fertig zur großen Jagd. Aber jetzt müssen wir deine Kisten immer noch leer machen, wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben auch noch was vergessen. Was denn? Waffen fehlt natürlich noch. Hier haben wir doch Rüstung und Waffen haben wir doch, ne? Nee, das war Rüstung und Werkzeuge, aber ich meine so Rüstung und Werkzeuge machen. Aber wir haben ja auch noch die Kiste hier in der Mitte haben wir auch noch, ne? Die ist noch nicht belegt hier. Ja, das ist mir so erstmal egal. Ah, das ist mir so erstmal egal. Das ist mir so egal hier. Ich habe übrigens ein Schild aufgenommen. Wieso habe ich denn jetzt ein Schild? Alter, das ist das Schreiben hier, ist ja echt total beschissen, ey. Waffen muss so ein... Tools sei da. Komm mal, das mal da rein. So, alles klar. So, wo ist hier Holz? Das ist Holz war hier. Das ist ja ganz hervorragend. Das funktioniert ja wieder alles hier wie Arsch auf einmal möchte ich was sagen. Kann das sein? Kann das sein. Das ist ganz großartig. Was hast du da, den Wecker da gerade angemacht oder was war das? So, das kommt's. Was machst du denn da, Alter? Wer denn? Du. Mach hier gar nichts. Ich warte jetzt, bis du da mal fertig wirst. Was sind das für Geräusche da? Willst du mich verarschen, Alter? Ach, hier sind gerade Koks und Nutten. Ich verstehe. Muss ja auch irgendwie alles organisiert werden hier nebenbei. Du machst hier irgendwelche Schilderkisten. Pipapo, schieß mich tot. Und ich kümmere mich hier um Koks und Nutten. So. Oh, haben wir das auch realisiert? Oh, mein. Kommen wir hier. Liebe Leute, liebe Leute. Komm mal hier kurz zu mir schnell. Nimm mal das hier auf, was hier noch liegt. Wo bist du denn? Bei dir in der Bude? Bei mir. Was liegt denn da? Da muss das auch alles da. Ja, das alles da genau. Können wir hier nicht alles so schnell wegsuchen. Bevor die Folge gleich wieder zu Ende ist. Ja. Die Folge ist nicht zu Ende. Die Folge ist zu Ende. Ich weiß gar nicht, was ich hier hinzunehmen. Gleich ist die Folge zu Ende. Ja, liebe Leute, vielen Dank für eurem Zukunft. Ihr kennt das ja. Schaltet nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt. Zwei Idioten auf der Jagd. Ja, vor allem müssen wir mal wieder auf die Jagd gehen. Aber das werden wir jetzt auch. Das werden wir tun, weil, ähm, so läuft das hier neben mich. Was hier, so läuft es hier? Ich habe hier noch ein Spinnenauge. Kann ich das auch noch irgendwo hinschießen? Das kannst du dir ja an den Hut schmieren. Ich habe noch gar keinen Hut. Gibt es einen Hut? Also, schaltet wieder ein zur nächsten Folge, wenn es Hüte gibt. Ganz genau. Dann geht es um Hüte. Tschüss, tschüss, tschüss. So, wie kriege ich jetzt hier so einen Hut überhaupt hin? Ja, so einen Hut, dann können wir den Kürbis aufsetzen. Ja, das stimmt.